Ich habe gerade so ein Bild aufgemacht auf WhatsApp von meiner Freundin und ich dachte, ich kriege irgendein süßes Bild oder so, Digga. Stattdessen habe ich ein Bild bekommen von unserem Podcast-Set und sie hat diesen Kaktus eingekreist und meinte, ist das dein verschimmelter Kaktus? Passt auf. Guck mal, den wurde hier vor der Aufnahme, der hat eigentlich zwei Arme. Der arme Bruder, oh Mann, oh Bruder, der wurde noch nicht einmal gegossen einfach, Digga. Der steht da schon seit fünf Monaten und der wurde noch nicht ein einziges vor allem an mir gegossen. Ich habe einfach einen Kaktus sterben lassen, den man so alle drei Monate mal gießen muss oder so. Oh Mann, sollen wir den jetzt gießen? Komm, wir gießen den jetzt. Ich hole kurz Wasser. Okay, wir machen einfach mal alles rein, oder? Ich meine, dann hat er halt ein bisschen was zu trinken. Der hat ja ein bisschen was nachzuholen, der Bruder. Ich mache auch noch mal so ein bisschen was hier auf den Arm. Vielleicht, I don't know, vielleicht revive das oder so. Ist halt wirklich sehr dry hier der Laden. Der Bruder hat ein Jahr lang gefastet. Ist das ein Kaktusjäger? Ein Ramadan durchgespielt. Bruder. Nippon, unser guter Freund. Unser Freund Nippon. Sicher, dass der mal nicht mal rund war? Bro. Ja, ja, so. Wahrscheinlich war der mal rund, oder? Bruder, ich glaube nicht, dass der mal rund war. Junge, ich imagine. Der Bruder einfach so 2D auf einmal, weil der so kein Wasser bekommen hat. Bruder. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Das macht euch Angst. -